Es liegt in unserer Hand, was kommt Tausend Generationen leben Es liegt in unserer Hand, was kommt Massen sterben wie die Fliegen Es liegt in unserer Hand, was kommt Massen sterben wie die Fliegen Es liegt in unserer Hand, was kommt Tausend Generationen Frieden Tausend Generationen Frieden Was wir brauchen ist ein Anliegen, das die Menschheit neu verbindet Ein gemeinsames Anliegen, das unsere Ausreutung verhindert Wird es nicht Zeit, genau hinzusehen, was wir tun und was wir treiben Wird es nicht Zeit, endlich einzusehen, nur wenn wir anders leben Können wir bleiben Es könnte das sein, was uns noch hilft, das uns alle verbinden kann Es könnte das sein, was uns noch hilft, wo jeder sagt, da will ich mit ran Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer, dieser kleinen blauen Kugeln Stattsteller weiter und noch höher, Liebe bewahren Und auch Ruhe Liebe und auch Ruhe Wenn jeder Mensch sein Potential erkennt, auf dieser Erde Schöpfer zu sein Wenn jeder Mensch das Potential erkennt, die Erde ist unser einziges Heim Zu tun haben wir vieles aufzuräumen, neu aufzubauen Wir können bewirken so vieles, wenn wir uns, wenn wir uns nur trauen Wenn wir uns nur trauen Es liegt in unserer Hand, was kommt Tarmus, Mut, Generationen, Leben Es liegt in unserer Hand, was kommt Massen sterben, wie die Fliegen Es liegt in unserer Hand, was kommt Massen sterben, wie die Fliegen Es liegt in unserer Hand, was kommt Tausend Generationen Frieden Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer, dieser kleinen blauen Kugeln Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer, dieser kleinen blauen Kugeln Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer Dieser kleinen blauen Kugeln Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer 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 Vielen Dank.